hallo und herzlich willkommen zu einem neuen runde von ttt ich habe gerade eben erst aufgenommen so einmal im zimmer sieht aus wie ein schweinestall wirklich mal wieder aufräumen es kommt auch weil ich umgestellt habe das hatte ich in den letzten videos wahrscheinlich schon gesehen wo ich bin detective dass ich ein bisschen umstelle bei mir im zimmer und es kommt eventuell noch ein kleines poster hierhin das weiß ich aber noch nicht wir sind zwölf der den fang ich ab bitte ich war doch gerade ich würde sagen ja wo ist wieder keiner da der eine runde starten überhaupt niemand hier da sind zwei da gehen wir mal rein ja schön wird voll danke wenn das mal eine anfängt dann kommen die eigentlich immer nach sage ich mal natürlich können jetzt einmal einen trader pass nutzen also so heißt die folge von daher machen wir in der nächsten runde auf jeden fall so ok da wie hier ist keine kiste ich habe nur einen bogen ich werde nicht verarschen als ob er die kiste bekommen hat und hier nur so ein scheiß holzschwert es ist nichts so und jetzt benutzen wir den twitter was ich werde ein weiter sein das definitiv ich hoffe ich hoffe guter euch das nicht aufgefallen ist aufgefallen bei dem video mit dem ec ist keine stimme ja ich muss ja ganz schnell raus oh wöchner wöchner wie kann der denn der wichser in jedem sind zwei drin und ich backe gerade so was so fest das ist so ein wichser das kann doch nicht wahr sein und ich fehle das auch noch so ich sag dazu nichts doppel stimmen das war das oh und hier wieder mal nur ein holzschwert was soll die das ist meine kiste danke die map schon lange nicht mehr gespielt oh oh gott okay okay ja wenigstens habe ich eingekehrt wenigstens habe ich eigentlich aber wenigstens habe ich eingekehrt weil es gibt noch mal baustelle noch mal die letzte runde ich fand die letzten und echt geil schon da würde ich auch noch was zu machen weil ist ja auch ein bisschen doof immer alleine aufzunehmen und deswegen will ich mir so partner suchen mit denen auch mit denen ich aufnehme nur die zu finden ist glaube ich ein bisschen etwas schwerer falls ihr bis hin die ich hier hingeguckt habt denn schreibt es gerne in den kommentaren falls sie bereit seit mal eine runde aufzunehmen also irgendwas und spielen ist egal eigentlich was also ich muss natürlich haben das spiel das ist unmöglich ich habe es verkackt ich wollte das eine kiste ich sehe hier wieder nur eine ein einziges ok 2 3 4 das habe ich übersehen wir fahren das f und ich bin tot der kleine weg sei so gut ich hoffe ja und was lasst natürlich leicht dann aber dann kommentare wenn ihr wollt haut rein wir sehen uns im nächsten video wieder ciao 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 ciao